So, willkommen Leute, wieder zu meinem Let's Play von Metal Gear Solid 1 CSG weiter. Wir sind jetzt hier stehen geblieben, wir müssen nur Meryl retten. Autocom ist ja jetzt weg. Nun kann ich jetzt wieder die Software, Grafikkarte benutzen, NVIDIA. Ja, da muss ich noch gucken, wann ich es brauche. Bisher brauche ich das noch nicht. Ich habe es ja auf Screen gespielt, also weiß ich schon mal Bescheid. Okay, dann gehen wir mal nur Meryl retten. Zuerst nehmen wir nur Meryl. Oh, jetzt. Stun Granat und wieder. Also haben wir schon 6 Stun Granat. Dann wollen wir mal Meryl finden. Und wo ist sie eigentlich? Wir werden sie jetzt mal hier suchen. Und da ist sie auch schon direkt. Ja. Genau hier. Zuerst nehmen wir es nochmal heute. Nützlich? Nein. Okay, dann gehen wir mal. Okay. Dann gehen wir mal. Das ist die zweite Mal, dass ich auf meinem Weg bin. Ich bin jetzt nicht mehr so weit, dass ich mich überrascht. Was soll ich? Pell, ich bin nicht mehr so weit. Ich habe keine Ahnung, dass ich das so weit bin. Es ist kein Zeit, dass ich mich überrascht. Außerdem, ich habe es nicht mehr so weit, wenn ich mich überrascht, dass ich mich überrascht, dass ich mich überrascht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 so okay in diesem platz habe ich ja kommen gesprochen aber ich sag schon mal das war's wieder von meinem let's play meldge solid 1 wir werden im nächsten part merkel folgen ja dann sehen wir uns heute bis zum nächsten part wieder dann werden wir wohl mehr erfahren